Erst die Geburt ihres zweiten Sohnes Balthasar im Oktober, dann die Traumhochzeit mit ihrer großen Liebe Dimitri Anfang Juni. Die letzten Monate sind bei Charlotte Casiraghi wirklich mit Highlights gespickt. Stets begeistert uns die monegassische Schönheit mit ihren tollen Auftritten. Nun zeigt sie sich zum ersten Mal seit der Hochzeit in der Öffentlichkeit und man merkt ihr das Glück wirklich sofort an. In einem entspannten Casual Look mit Destroyed Jeans und grauem Blazer erscheint sie bei der Fashion Week in Paris und strahlt übers ganze Gesicht. Doch an diesem Tag ist nicht die Frischvermehlte der Mittelpunkt, sondern ihre Cousine. Pauline Ducruyé stellt nämlich stolz ihre eigene Kollektion bei der Modenschau vor. Deshalb wird dieses Event glatt zu einem richtigen Familienausflug. Neben Charlotte sind natürlich auch Paulines Mama Stephanie, ihr Bruder Louis und Halbschwester Camille gekommen, um sie zu unterstützen. Nach der Show strahlt die Jungdesignerin mit Charlotte förmlich um die Wette und verdrückt sogar ein paar Freudentränchen. So familiär und glücklich sehen wir die Monégassen doch immer gerne.